Freunde, jetzt sind wir wieder da. Hier ist der Jochen und hier bin ich, der Mann, der hat gute Laune. Wir waren heute in Gangenbach. Das war ein erfolgreicher Tag. Es war ein super Tag hier. Die Stimmung war bombastisch. Und jetzt ist Video aus. Weil einmal ein Tag enden muss, ist es eben jetzt auch für ein gute Launeball. Schluss.